Okay, von hier aus? Wow, was passiert hier? Warum kommt die Hand da raus? Hey Leute, was geht? Keine Beispiel mehr zu Games und Leute, willkommen zu einem neuen RoboWalk Dayplay. Wir sind mal wieder in einer Kita gefangen. Ja, wir sind in einer Kita gefangen. In einem Kindergarten, in einer Kindertagesstätte. Aber wir nennen es jetzt Kita, weil wir letzten Mal waren schon Kinder. Wie dem auch sei, wir sind hier wieder in unserem Bett. Nein, ich weiß, die eine sah schon relativ ähnlich aus, aber das sind nicht die gleichen. Nein, überhaupt nicht. Wir haben hier zum Beispiel diesen Kissenbär, würde ich ihn jetzt mal nennen. Wir haben sogar hier ein Rieserad da hinten. Und wir haben auch Babys. Oh Mann, ich glaube, die sind hinter uns her. Und da wollen wir entkommen, Leute. Und das werden wir, glaube ich, auch. Wir gehen jetzt hier die Kissen erstmal rum. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das kostenlos machen. Und auch gerne nach dem Video Instagram abchecken. K-XY. So, jetzt bin ich mir nur nicht ganz sicher, welchen Weg man gehen kann oder gehen muss. Wir dürfen auf jeden Fall die roten Dinger hier nicht benutzen. Das ist mir schon klar. Dann kommen wir zumindest hier aus unserem Bett raus und können so langsam aus der Kita entkommen. Da hinten sehe ich schon, ne? Alles klar. So, und dann hier über die schwebenen Kissen hinweg. Über die Betten. Das kriegen wir hier hin. Ich finde es sehr cool. Oh Gott. Wie es hier aussieht, sieht halt aus wie in der Kita oder so. So, guck mal, hier schläft doch einer. Hallöchen. Schlaf, Kindi. Schlaf. Na gut. Dann geht es hier weiter. Okay. So. Oh, was ist das hier? Oh, wie nennt man das denn? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Okay. Hier ist das nächste Baby. Jetzt müssen wir hier lang. Okay. Von hier aus. Geht es dann runter oder wie? Ah ja. Es geht runter. Guck ich hier irgendwie rein? Nein. Unnötig. Wie? Ach so. Uns wird hier der Weg gezeigt. Okay. Hat ja ich. Ist das Earpods? Kann sein. So, der Weg wurde uns, glaube ich, gezeigt, oder? Ach so, warte, es leuchtet so. Dann blau, dann gelb. Muss ich nochmal kurz warten. Kawaii Unicorn. Okay, da, da. Okay, was war hier nach? Ich habe es hier nach leider nicht gesehen. Blau? Ja, blau, gelb. Dann geht es hier, hier lang. So, ich warte, bevor ich irgendwas riskiere. Okay, so. Das ist klar. Wo geht es denn jetzt hier lang? Frage ist mir schon an der Stelle. Komm ich denn hier vorbei? Ich glaube, ich muss einen anderen Weg gehen. Ich denke, man muss hier lang. Oh Gott. Und dann hier. Hier ist auch das Riesenrad. Und hier ist das andere Baby. Oh Gott. Hier können wir es nochmal alles sehen. Hier sind sogar Bananen. Alte Bananen. Na ja, gut. Machen wir mal weiter. Müssen wir, glaube ich, mit dem Riesenrad hier hoch. Oh Gott. Jetzt. Und dann müssen wir, glaube ich, auf das Nächste. Okay, ziemlich tricky. Und jetzt müssen wir hier rein. Okay. Und hier sind ganz viele Pfeilen. Aber ja, klar. Man hat hier ein Mäuseproblem. Los, komm, beeil dich. Ist auch eine Maus. Spinnennetze. Okay. Wir dürfen hier, glaube ich, nur auf den hier. Den. Okay, we did it. Auch das haben wir geschafft. Wir sind angekommen im Badezimmer, glaube ich. Ja. Definitiv sind wir im Badezimmer angekommen. Okay, hier liegt ganz viel. Wow. Das ist ziemlich rutschig. Da sollten wir vorsichtig sein. Aber sowas von. Du, 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 du. Okay. Ja, der möchte, glaube ich, auf Klo, aber kann irgendwie nicht. Ein bisschen zu klein. Hier für die Krabbelgruppe ist es ja eher schon, glaube ich. Okay, von hier aus. Wow. Was passiert hier? Warum kommt die Hand da raus? Geht das nach oben? Ich glaube schon. Und dann? Nein! Ich habe es nicht geschafft. Frustrierend! Wir versuchen es nochmal. Sie hat es anscheinend auch nicht geschafft. Wir warten jetzt nochmal kurz. Wir sind in der Mülltonne. Und jetzt kommen wir aber wieder ganz schnell hier raus. Aber soweit von. Hallo! Jetzt muss ich hier nochmal drauf. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Und dann müssen wir in die Toilette. Ist das richtig? Ja! Es war richtig! So, wir sind in der Toilette gelandet. Jetzt geht es hier weiter. Bei den Fröschen, glaube ich. Guck mal, hier sind auch die Entchen. Wack, wack, wack. Okidoki. Ich denke, dass wir hier irgendwo rüber müssen. Ich würde sagen, Mitte war nicht richtig. Da sind wir ins Klowasser gefallen. Vielleicht hier? Ja, und danach würde ich Mitte sagen. Okay, gut. Oh, hier müssen wir ein Boot nehmen. Sehr gut. Wo ist denn das Boot? Hier. Oh, guck mal. Das sind die Ninja Turtles. Natürlich. Hier die Turtles mit. Hier müssen wir hier irgendwie... Oh Gott. Nein, ich hätte hier nicht rausspringen sollen. Ich glaube, das sind die Teenage Mutant Ninja Turtles. Mit ihrer Pizza. Ja, Donatello. Raffa... Raffae? Ja, na, ich weiß es nicht. Donatello. Okay, los, komm schon. Do it! Wir müssen hier runter. Oh, bald. Jetzt muss ich hier natürlich vorsichtig sein. Nein! Nein! Oh Gott! Sag mir nicht, ich muss wieder oben anfangen. Ach nö, das ist doch blöd. Tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da am Ende noch irgendwie abstürze. Ach, guck mal, man kann sich hier auch hinsetzen. Ja, okay, sorry. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll gleich ist. Nein, ich bin so blöd. 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 Bitte bleib hier, bitte, oh Gott. Aber guck mal, ich sterbe nicht, wenn ich hier springe. Ja, okay. Es hätte zu lange gedauert. Deswegen, ich muss jetzt nochmal ein Boot nehmen. Das kann doch nicht sein, dass ich hier... Hallo, bleib hier. Das ist doch blöd! Ich rieb zu viel hier langsam. Ich kann mich nicht in Geduld üben, ihr wisst es, Leute. Ich bin ungeduldig. Ich kann mich nicht hochziehen. Jetzt komm schon, bitte, 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 bitte. Do it. Do it. Let's, let's do it. Los jetzt. Ah, ist das frustrierend. Oh Gott, bitte nicht. Okay, da passiert gar nichts. Boah, ich hab's geschafft. Komm ich jetzt. Ja, endlich. Checkpoint. So, die hat hier schon die ganze Zeit Probleme. Warum eigentlich? Ist das denn hier sehr schwierig, oder? Das geht doch eigentlich nur hier lang, oder? Ja. Ja, und dann hier. So sind die Küche angekommen. Oh ja, haben wir Tacos sogar. Oh, und Tabasco. Da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Hier scheint es relativ warm zu sein, aber können wir hier einfach drauf. Okay, oder auch nicht. Also dürfen wir nicht auf die schwebenden? Nein. Okay, jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein. Oh, da hat schon einen erwischt. So, mich erwischt es aber nicht. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, hoch, ist das richtig. Oh, hier an der Pflanze müssen wir hoch. Ein bisschen vorsichtig müssen wir hier schon sein. Jetzt hier runterfallen, ne? Wie ist das? Gar nicht gut, aber wir haben es geschafft. Okay, was jetzt hier in der Teigrolle zu suchen hat, weiß nicht. Oh, da wurde schon einer. Ganz eigentlich. Uh. Sorry, bro. Okay, jetzt sind wir hier wieder bei Wipeout. Man kennt es. Okay, Klimaanlage. Auch kein Problem. Bin ich jetzt hier weiter? Äh, hallo? Oder muss ich hier rein? Ne, ich muss da weg. Ich muss mich davon wegschubsen lassen. Okay. Hätte mir auch einer vorher sagen können. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier irgendwo drauf. Genau, dann hier über die Gläser. Müssen uns hier den Weg finden, ne? Aber das tun wir auch. Achso, hier müssen wir kurz warten. Okay, so. Ich müsste dann einmal raus hier aus der Kita. Das wäre ganz nett. Okay, muss ich hier runterspringen. Ich glaube. Und dann hier durch das Fenster. Oh, und dann sind wir auf dem Spielplatz. Das ist ein richtig cooler Obi, muss ich sagen. Da hat sich einer richtig was ausgedacht. Das finde ich cool. Guck mal, guckt euch den Spielplatz. Boing, boing, boing. Oh, jetzt hier die Rutsche runter. Bro! Cool. Mir gefällt es. Ich glaube, gleich haben wir es auch geschafft, Leute. Es steht, thanks for playing. Ja, ja, ja. Und we did it! Leute, wir haben es geschafft. Bonus Stage, ein Speedrun. Kommen wir damit in eine andere Obi? Ich weiß nicht. Oh nein, jetzt bin ich wieder am Anfang. Leute, sorry, ich wollte eigentlich zu... Na, egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, daumen nach unten. Überhaupt kein Problem. Lasst doch ein Abo da. Also mir hat hier die Kita aus der Kita entkommen. Wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mal wieder einen Kindergarten, ne? Passend hier vor uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao!